Was kann ich eigentlich besonders gut? Ich bin Staatsmann, die Fahrrad fahren kann. Ich bin das Wertvollste auf der Welt. Dieser dreistündige Workshop für Menschen mit Lernschwierigkeiten beruht auf der Erkenntnis, dass wer sich als wertvoll und einzigartig wahrnimmt, leichter Selbstvertrauen entwickeln kann und so eher die eigenen Interessen anderer gegenüber formulieren und durchsetzen kann. Wer gelernt hat, sich als einzigartig und wertvoll zu empfinden, kann leichter eigene Entscheidungen treffen, Grenzen wahrnehmen und setzen und sich selbst dadurch besser schützen. Informationen zu den Fortbildungen erhalten Sie unter www.petze-kiel.de im Bereich Fortbildung.